Servus, Zavjut hier, Daichi und Komatron für IamHavoc.de. Heute sind wir, man kann es schon sehen, in Frankreich, genauer in Amneville, dem Moselle, bekannt für den tollen Zoo und für das Solisphere-Festival. Genau, und jetzt schieben wir unsere Arsche noch in dieses riesen Teil von Cora, gehen noch ein bisschen was kaufen und dann bringen wir euch direkt zum Festival. Hey hey Vicky, hey Vicky hey, wir sind jetzt hier angekommen auf dem Sonisphere-Festival in Frankreich. Im Hintergrund hört ihr schon die ersten Bands zocken und was heute noch so abgeht, das sagt euch der Komatron. Jo, also zuerst werden wir uns mal ein bisschen Motorhead reinziehen, dann Inflames, dann ein bisschen Slayer und Korn und das Hauptteil heute Limbiscuit. Ich freue mich so auf Fred Durst, das wird ja Wahnsinn. Yeah, was morgen dann noch so geht, auf jeden Fall steht ein exklusives Interview mit Hacktivist auf dem Plan. Dann natürlich die Show von Hacktivist, Stonesower und Iron Maiden. Up to Irons! Ich freue mich so ganz richtig, es geht einfach auf dem Plan. Ich freue mich so, dass wir uns mal von uns zum Sparen vegetiert werden. Ich freue mich so sehr, ich freue mich so über die Söder und Korn! Ich freue mich, dass wir uns mal über die Söder und Korn! Ich freue mich so, dass ihr werdet, den Lungen-Korn. ...und dann was ich ein Baby, weil ich denke, was in der Nacht, ich bin mir nicht mehr gut. Dann wäre ich so, dass wir das Diese J Scrollsberg hat mich dann bis zum Hoje Deine oder lass uns hier Ich использiere mich jetzt ein Dies als die Leute Die Frauen oder die Frauen Die Frauen für ein ganzes Die Frauen sind mit wildly pessoad мерz植ate Ja, hier ist jeder Deichi am zweiten Morgen des Sonnensjörn Festival. Ich bin ein wenig zerstört. Auf dem Park was ist irgendwie auch nichts mehr los. So wie ihr seht ist das Wetter für den Arsch. Haben wir gestern noch unser illustres Dasein im Sonnenlicht gefeiert. Ist jetzt hier total der Untergang angesagt. Mr. Komatron liegt noch in der Pappe. Gehen wir mal schauen was er dazu sagt. Mr. Komatron! Mr. Komatron! Okay wie es aussieht hat er der Welt noch nicht wirklich viel mitzuteilen. Lassen wir ihm den Schlafzäger richten. Wir sehen uns später. See ya! Sonnensjörn Festival Tag 2. Wir sind ganz früh für euch am Platz. Hier ist noch nichts los. Außer dem Regentreiben auf den Bühnen hier wird alles aufgebaut. Besucher sind noch keine hier. Wir haben uns für heute noch einiges vorgenommen, unter anderem steht für euch ein exklusives Interview mit Hacktivist auf dem Plan. Mal schauen, was das noch wird. So, ich bin hier mit dem Band Hacktivist. Und wir wollen euch fragen, wie kam dieser sehr spezielle Genre zu euch? Wie kam ihr zu dieser Art Musik? Es war ein halbes Exklusiv, halbes Experiment. Wir sind alle in verschiedene Musik selbst. Wenn Tim angefangen hat Hacktivist als Solo-Projekt, und dann haben wir Jay, um ein paar Grime-Vokal zu machen, um zu sehen, wie es so wie war. Und es ging viral. So, es war einfach nur mit Sachen spielen. Also, für mich, als ich deine Sachen hörte, und ich habe es richtig gefühlt. Weil, in den 90s, da gab es eine Zeit, wo Crossover und was großartig war. Und was du in meinen Augen machst, ist ein Genre-Style von Musik, mit Rap und was. Und das war für mich wie eine neue Musik. Weil, da gab es nichts wie das. Die Genre mit Rap war etwas sehr neues. Also, deine Influenzen sind von Rap, zu... Ja, ich meine Rap, Hip-Hop, Grime, Metal, Dubstep, einfach das ganze Bord. Ich meine, es gibt nicht viel Musik, die wir nicht hören können. Ich denke, wir bekommen einfach die Influenzen von überall, und es ist einfach so, wie es ist. Und du bist sehr erfolgreich mit dieser Musik, bei dem Moment. Wir haben dich auf viele Festivals gespielt. Ja, es ging gut. Wir haben einfach Rock'n Ring und Rock'n Park. Ich glaube, wir haben ungefähr 15 Festivals left, oder etwas verrückteres Jahr. Das ist viel. Also, wir haben ein Jahr und ein halb ago, und es geht ziemlich schnell. Was sagen andere Bands, in diesem Genre, zu dieser Rap, in dieser Musik? Weil, das ist etwas freshes. Es ist eine ziemlich gute Reception, nicht wahr? Die meisten Leute... Ich habe nicht gehört, was wir machen. Viele Leute lieben, was wir machen. Viele Leute versuchen, zu sagen, wir sind in Linkin Park, und solche Sachen. Aber sie werden das sagen, weil wir das Gefühl haben, aber es geht gut mit allen. Ich glaube, wir waren gerade mit den Papa Roach, die Leute gestern, und sie wollen uns, weil sie alle diese Sachen lieben, sie wollen uns zurückbringen, so es war cool, zu sehen, sie lieben es. Als wir begonnen haben, waren die meisten von den Gigs, die wir machen, waren mit Metal- und Festivals, und wir wären komplett die blande Bands, aber es ging immer gut, und alle Bands, die das ganze Sache machen, fühlten sie es. Also, wir bekommen ein wenig von dem Publikum, aber bandwischen, ich denke, dass alle fühlen, was wir machen, und es ist etwas anders. Ich zeige euch, zu viele Freunde, und es gab Leute, die Leute, die nicht Gend, aber sie sagen, es ist cool, weil man eine Fusion macht, das viele Leute und sie sagen, das ist cool, weil in Gend, für die meisten Leute, es ist schwer, zu bleiben, mit einem Klick, und zu sehen, wie es funktioniert. Und wenn es ein Rap kommt, du hast eine Länge, du kannst die Musik besser folgen. Es ist toll, dich hier zu sehen. Was können wir in Zukunft erwarten? Wir haben eigentlich einen EP, das stimmt? Ja, wir haben einen EP, und wir haben eine neue Single Elevate, die für free downloaden ist. Da gibt es einen Link auf dem YouTube-Video. Wir schreiben jetzt ein Album, aber weil wir so busy dieses Jahr sind, es könnte lange dauern, aber das Album ist in der Pipeline. nur eine EP ist... Wir können etwas im nächsten Jahr erwarten. Ja, aber es ist cool. Busy als f***. Wir werden das in der Beschreibung und wir sind sehr froh, zu sehen, dich bald auf dem stage zu sehen. Hast du vielleicht eine Message für die Leute, die das sehen? Ja, wenn du das fühlst, ist cool. Wenn du nicht, dann ist das auch cool. aber ja, kommen Sie uns. Das sind große Dinge dieses Jahr. Thanks für die Interview. Have fun, wir sehen uns. ja. 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 Köln Das war es von Deiche und mir auf dem Sonnesphear 2013 für iamhavoc.de. Wir haben noch einiges für euch dieses Jahr in Planung. Unter anderem steht an demnächst ein Interview mit Antiflake auf dem Rockcamp-Festival in Saar-Werlingen. Weitere Infos gibt's wie immer auf IamHavoc.de. Tickets für das Rockcamp-Festival gibt's auf www.rockcamp-festival.de. Das war's von uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. 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 Vielen Dank.